Ayo meine lieben Zuschauer, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der weiteren Folge GTA Online Let's Play auf der PS3. Heute haben wir wieder eine weitere Folge, den Online-Modus. Heute in einer offenen Lobby, wo auch fremde Leute drin sind. Wir haben heute was vor, wir killen wieder mal ein, nur auf eine Person drauf gehen. Und jetzt erstmal das Intro. So, wen haben wir jetzt alles mit dabei? Bakura, du bist immer wieder mit dabei. Na, geht's dir gut? Bakura, hübsch, wa? Siehst du mal wieder aus. Sehr cool. Gefällt mir doch. Das ist dein Badezimmer. Hier machst du dich immer hübsch, ne? Ja, einmal im Monat vielleicht. Oder einmal im Jahr. Weiß man ja nie, ne? So, dann haben wir den Friedrich mit dabei. Friedrich, komm bitte rein hier im Badezimmer. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ah, kommt bestimmt. Ah, wo ist der denn? Friedrich, hier im Badezimmer reinkommen. Ihr müsst den Typ vorbeilassen. Sonst kommt der nicht rein. Muss reinkommen hier im Badezimmer. Ja, und? Komm, 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 komm. Wo ist der denn? Da kommen wir ja nicht vorbei. Dann eben Sascha ist mit dabei heute. Warum kommt man nicht rein? Ja, ihr müsst da weggehen von der Tür. Äh, nee. Deinen Namen habe ich noch nicht gesagt. Gut. Sascha ist mit dabei. Gut. Friedrich? 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 Hallo? Bleibt gleich hier drin. Dann ist Blackstalker mit dabei. Da oben ist hier was. Wo ist was? Okay, gut. Hallo? Dann ist Präsident mit dabei. Gleich drin bleiben hier. Da, Präsident. Und Artix ist mit dabei heute. Player ist mit dabei heute. Dann haben wir Elite Gamer mit dabei heute. Dann haben wir Niklo mit dabei heute. Wir haben Pharis mit dabei heute. Dann haben wir noch... Wer ist da hinten noch? Elite Gamer? Den habe ich vergessen. Ähm... Ich sehe nichts hier. Ziemlich eng hier. Warte. Niklas mit dabei. Oh, guck mal. Sind mehr reingekommen hier. Milpo ist auch noch da. Ari ist auch noch da. Hey, das ist eine offene Lobby, Leute. Alle aus meiner Kuh hier drin. Doch! MP40. Ist fremd. Und der ist der einzigste hier. Gazzi ist auch noch mit dabei. Alle bitte Kuhkleidung anziehen. Und da sind noch alle weiteren noch mit dabei. Warte mal, ich lade mal alle ein. Kuh Kleidung, Kuh Auto. Warte. Erstmal hier bleiben. Warte. Gazzi. Kommt hier alle rein, Leute. Kommt erstmal in ein paar Apartment rein. Der trinkt erstmal was hier. Wir gehen gleich auf der Jagd. So, stellt euch bereit. Stellt ihr euch hier an der Wand, bitte. Hier an der Wand stellen. Genau, an die Wand. Da, wo ich mir den Finger hinzeige. Genau, sind alle da. Haben alle Kleidung an. Perfekt. Ja, hier muss noch jemand richtige Kuhkleidung anziehen. Das machst du nachher, ne? Black Stalker. Und was haben wir hier noch? Ähm, äh, der, äh, Player. Und der Pharis muss noch die Schuhe ändern. In Rot. Aber die Leinschuhe, ja. Dann ist alles perfekt. Und der Ari hat noch nicht seine Kuhkleidung an. Und du musst noch die Hose ändern. Äh, vielleicht eine andere gelbe Hose. Vielleicht findest du da irgendwas, irgendwas Enges. So. Und sonst ist alles gut. Gut. Gut, gut. Jetzt gehen wir unten in den Keller rein, natürlich. Gehen unser Auto holen. Ich hab noch jemand reingelassen. Hier, den Schänlchen. Aber der darf zur Zeit nicht mitmachen. Der ist verbot. Außer Rest. So, gehen wir erstmal alle in der Garage rein. Mal ein Auto holen. Unser Kuhauto natürlich. Hier hat es sein eigenes. Und dann gehen wir auf der Jagd. Dann geht's los. Dann, dann. Werden wir zum Monster. Monster. Bling, bling, bing. Nächste alte Station. Garage. Endstation. Der Fahrstuhl braucht heute etwas länger als sonst. Dankeschön. So. Ich hör Wasser. Hört ihr das auch? Krass. So. Jeder holt sein Kuhauto. Wir gehen erstmal nach draußen. Alle. Jeder holt sich sein eigenes Kuhauto. Und ich fahr euch oben in der Garage. Ha. Niemand sieht das. Und ich werde euch Leichen, ähm, verstecken. In die Wände eintransportieren. Äh, so. Vergleichs dann. Äh. Ja, mit Zement oder sowas. Mit Dominosteine. Oder Lego-Steine. Wir treffen uns hinter Hof. Also hier hinten. Mit dem Auto. Oh, Entschuldigung. Kann passieren. Ah, jetzt habe ich schon wieder Kopf. Deswegen. Mach ich gleich weg. Einparken bitte hier. Wir warten erstmal, bis alle da sind. Nein. Lass erstmal die Cops loswerden. Keiner. Bitte auch keiner, die Cops haben. Boah. Schnell weg. So, einparken bitte. Kommt alle zu mir. Nach hinten. Auf den Parkplatz. Und ich markiere erstmal. für den, der heute drauf geht. Shooter. Warte, was. Dann nehmen wir den Shooter. So, ich guck mal. Erstmal. Douglas Player. Friedrich Gelmer. zu Nico, Sascha wahrscheinlich noch. Okay. Das weiß ich nicht. Bitte nicht durchdrehen. Die Reifen, das stört etwas. Bitte lassen. Nicht durchdrehen, die Reifen. Ohne Cops bitte hierher kommen. Bitte das Q-Auto. Ich glaube, die Farbe musst du nur noch ändern, ne? Kollege. Wert Cops, bitte wegmachen. Niemand hat Cops von euch. Wert Cops, wer wird angeschossen? Wert Cops, wegmachen. Bringt euch um, bringt euch um, bringt euch um. Nicht nachdenken. Shooter. Shooter. Und den Shooter. Wer hat den Cops hier? Gut. So, alle erstmal, jetzt haben alle das Q-Auto. Stimmt, ich muss mal raus. Genau, gut, schön. Äh, genau. Dein Auto. Hier vorne. Du, du musst noch die Motorhaube. Da muss auch der Streifen zu sehen sein. So wie auf dem Dach, Niklas. Später dann. Später. Nicht jetzt. So, wir gehen jetzt hinter eine Person hinterher. Das ist der Shooter. Der ist zuerst dran. Aber wie, ey, halt, halt, halt. Ich guck erstmal, wo er ist. Muss ihn erstmal markieren. Da ist der, da ist der. Er kommt. Er kommt und wir gehen alle hinterher ihn her und eliminieren ihn. Los. Alle hinterher. Nicht so weit auseinander. Bitte nicht vorfahren. Alle hintereinander weg. So, schön. Wo ist er denn jetzt hier? Der kommt langsam. So, stellt euch hier hin. Hier oben, hier oben. Halt, so, nebeneinander. Ist weg. Okay, Niklo. Der Shooter ist hier. Bringt ihn um. Bringt ihn um. Oh, scheiße. Wir dürfen das Auto nicht zerstören. Sonst werden unsere Autos auch zerstört. Das war ein bisschen heftig. Oh, Mann. Okay, nochmal, Leute. So, holt eure Autos wieder. Holt eure Autos wieder. Und wenn ihr Cops habt, bitte macht die weg. Kommt wieder zu mir. Kommt zu mir. Keine Verzögerung, bitte. Auto wiederholen. Ich hab den markiert. Ihr könnt den ja alle markieren auf dem Handy. So, holt eure Autos wieder. Ich hol mein Auto auch wieder. Okay. . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020